hallo und herzlich willkommen ihr genossen mein name ist denn es und heute habe ich ein klitzekleines informations video für euch und zwar habe ich vor epic moment of the week zu machen das heißt ihr schickt mir eure epic moments vom zombie modus an eine e mail die e mail wird später in der beschreibung stehen aber da sind natürlich auch noch paar sachen die mich nicht stören sollten beziehungsweise die zuschauer erstens das sound sollte vollkommen optimal einwandfrei sein also keine störgeräusche keinen teamkameraden die herumkreischen wie bekloppte oder sowas einfach nur spiel sound am besten dann sollte die grafik einem 720p video entsprechen das heißt es sollte nicht mit einer kartoffel aufgenommen sein also schon mit einem aufnahmegerät oder aus dem kinomodus von black ops 2 bei black ops 1 gibt es halt kein kinomodus aber naja auf jeden fall schickt ihr mir einfach diese diese epic moments an die e mail adresse ich werde jede woche mal nachschauen was es da so schönes gibt und ich werde es mal so machen dass ich die drei besten clips auswähle und der beste wird dann halt gekrönt sage ich jetzt mal ja so viel dazu das war es erstmal von mir ich hoffe ich bekomme viele einsendungen weil ich denke mal sowas wird euch auch interessieren und ja das war es erstmal von mir bis zum nächsten video und ciao